7 verbleibende Oh mein Gott Junge was ist denn was los bei dir? Ist das gerade wirklich zum 4. Mal in dieser Folge? 7! Oh mein Gott Junge ist so krass dieses Video Ey Freunde was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Ja Freunde heute gibt es wie immer eine Folge Wolltast Singst du da wie so ein Hafensänger? So singt ein Hafensänger Keine Ahnung Ja Jawohl Ja ok Leute heute gibt es was richtig krasses denn es gibt ein inoffizielles Megabox Battle Und zwar bestimmt Siri wie viele Megaboxen wir öffnen dürfen Bei Puki haben wir dasselbe gedreht es kommt um 15.15 Uhr online Leute checkt es gerne ab Es ist so eskaliert ich hoffe es wird bei dir nicht genauso schlimm Oh mein Gott so oft 7 habt ihr auch nie in euren Leben gesehen Leute Es ist so krass Naja und das Schlimmere war ja wie viele Megaboxen wir öffnen mussten weil Siri wird jetzt uns eine Zahl zwischen 1 und 10 sagen und die Anzahl müssen wir dann jeweils öffnen Also ich generiere eine Zahl und Marvin und das 10 mal also im schlimmsten Fall öffnet Und jeder von uns 100 Megaboxen und ja lasst es auf euch zukommen wird geil lasst einen Daumen nach oben da Und ein kostenloses Abo Ok dann würde ich mal sagen lass uns doch erstmal beginnen Erstmal oben Trophäenfahrt Genau und good Let's go Kevin dein Einsatz Kevin So dann würde ich mal sagen Pok lass uns die Regenerieren lassen oder wollen wir erst die Gems aufladen Erstmal Gems DG wir brauchen ja Gems Let's go Oh mein Gott Abfahrt Puki Creator Code Wann hast du denn eigenen Marvin? Das ist ne gute Frage Aber so lange ich denn nicht hab Leute ihr wisst bescheid Puki Creator Code Wie sieht's denn aus dir? Hast du grad nen GIF-Aware am Start? Ne äh ja es ist was geplant aber noch nicht ich weiß es nicht das ist schwierig ne also ja äh gerade nicht ne Ok gib ihn einfach trotzdem ein Gut Leute dann würde ich sagen Siri generier Nenne mir ne zufällige Zahl zwischen 1 und 10 Das ist 8 Hahaha das beginnt ja schonmal gut 8 Megaboxen Zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 2 Oh Ok sie hätten verschoben Ich wollte grad erst lachen aber äh Karma kann man ja auch passieren Ok ich hab sogar ne reduzierte du auch oder? Ich auch Ja Erste Megabox und bitte der Boxer bitte 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 Und es ist? Oh mein Gott Kevin alter Ok Leute ihr seht jetzt Kevin gezogen Müssen gehen raus Let's go der Hase Zweite Megabox 2 2 1 und Ich hab grad schon gesehen Ich hab grad schon gesehen Leon im Angebot ey hol ich mir gleich Kappa ok das war schon bei dir du hast du nur 2 oder oder 3 Ne ich hab 2 Ok Ich bin das mal ertreten ich zieh die Supercell IT Und die vierte let's go und die fünfte Let's go Daryl 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 aus der fünften Box geile Sache auf jeden Fall sechste Box Da ist Was? Frank? Ja geil Ja geil Und ich hab vergessen zu zählen Vorletzte glaube ich Letzte Und er 10 Ich hab hier schon alles Der Boxer Let's go Der Boxer Der Boxer Da hat euch Marvin was zu sagen Und zwar Marvin hau raus Leute wir bringen den Maskenboxer raus Er wird richtig nice Leute es wird so krass denn bei der letzten Boxerbox Genau bei der hier habt ihr so krass rasiert Leute Es ist alles ausverkauft gewesen Das T-Shirt was dazu gab es mit der Autogrammkarte auch alles weg Über 3000 Sachen an einem Tag Wir haben niemals mit so viel Ansturm gerechnet Das war viel zu viel Viel zu viele Leute wollten was haben und sauviele haben nichts bekommen Und deswegen haben wir uns gedacht wir bringen den Maskenboxer Kannst du mal das Design einblenden Sieht richtig richtig geil aus Also ich feier den richtig Genau es ist richtig krass Und natürlich mit einer handsignierten Autogrammkarte Leute Von Puki und mir wie sich das gehört Leute denn den Boxer mit der handsignierten Autogrammkarte Wird es zeitbegrenzt geben meine Freunde Vom 10. April 2020 bis zum 13. April 2020 Leute Also seid da auf jeden Fall schnell Sichert euch den Boxer mit handsignierten Autogrammkarte Und ich finde ihr seht sie gerade nochmal eingeblendet Es ist richtig krass wie die aussieht Leute Also stellt euch unbedingt den Wecker Und ich muss auch sagen ich finde das gut mit der zeitlichen Begrenzung Weil dann bekommt halt wirklich jeder der was haben will gefühlt was Und das ist halt schon eine geile Sache Nicht wie bei der Box wo halt sausau viele nichts bekommen haben Ich glaube somit löst man das ganz gut Mal gucken wie es läuft Und wie euch das so gefällt mit dem System Und wir hoffen dass die Server diesmal nicht überlastet sind Ja stimmt Und ja ich würde sagen Puck Öffne Den letzten Voila Okay let's go Nach dem Boxer haben wir noch ein Brauder drin Und ich habe so einen Lack in den ersten Axtboxen Das wäre krass das Pärchen Oder was ich fahren würde Leon Oh mein Gott Digga Das Pärchen in einer Megabox Das habe ich noch nie erlebt Wirklich noch nie Ich auch nicht Oder ich glaube nicht Das ist wirklich Premiere Ich mache davon auch mal einen Screenshot Das Pärchen in einer Megabox gezogen Das kann ich jetzt auch behaupten Lass einen Daumen nach oben da Okay Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 10 Zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 10 Oh Nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 Das ist 10 Was Boah Junge Digga die will uns schon wieder quälen 10 Megaboxen Naja Hauptsache Crater Code Pukki Geil ey Geilster Crater Code So Erste Und 4 5 Okay Junge das ist ja richtig Zeit ey Super Cell ID Oh nice nice So Das ist dann die Nummer 2 Und Gön 2 Nix bei mir drin 3 Ich habe auch schon so viel gezogen 3 Ja Und Penny Jetzt kann ich alles ziehen Ja Jetzt alles offen 4 4 6 Letzte auch Ich sehe beide was neu ist 3 2 1 Abfahrt Oh die Boxhalle Und der erste Brawler ist einfach mal Rico Ja was Let's go der Hase Das war die vierte Jetzt kommt die fünfte Und Gön 5 Ah 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 Schade ey Oder jetzt eine 8 Für die 8 Komm Und Gönte 8 5 Oh man ey Eine 9 Für die 9 Und Gönte die 9 Für die 9 Gönte die 9 Ne ne 4 Und nein Und die zehnte Jetzt ne 10 Digga Jetzt ne 10 6 6 Ja lol Genau gleich ziehen wir immer die Brawler Krass Okay Hol den wir runter Also okay 3 2 1 Let's go Ohhhh Nicht schlecht Den ersten Legitären Digga Ja ist so Digga voll früh Krank Krank Okay Nenne mir ne zufällige Zahl zwischen 1 und 10 Das ist 2 2 Okay 2 muss ich öffnen Nenne mir ne Zahl zwischen 1 und 10 Zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 6 Okay Okay Ich hab 2 Du hast 6 Kann man auf jeden Fall machen Hm Ich würd sagen Let's go down Und 1 Jetzt noch 5 Ich warte mal mit meiner zweiten und letzten 4 Und 3 Let's go du kannst mit einsteigen Oh Gott Also ja gut Ich bin auch dumm Ich hatte ja nur noch eine Also das war jetzt meine letzte Oh Lost Poki Nee Du bist lost Ich hab dir gesagt ey Ja ja du hast es gar nicht gemerkt Oh mein Gott ich kann später eigentlich schon Oh nein Hashtag lost in den Chat Leute Hast du sie schon upgraded? Ich hab sie ja gemacht Na Gott Dann hoffen wir jetzt mal dass du das gadget noch nicht ziehst Weil Leute ihr wisst ja wir müssen die 8 oder 9 ziehen oder die 10 Dann macht die 6 noch Und 6 für die 6 Let's go Let's go Let's get it Ja Das ist halt mies Das ist halt mies Okay Generieren Let's go 2 Genau 2 Ja Das ist 4 4 Okay Let's go So dann beginne ich mal Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Digga nur 5 Und Nummer 4 Und wieder nur 5 Okay Let's go Upgraden So Digga Das wird jetzt schade einfach nicht tun Let's go Dann hole ich mir jetzt Powerpunkte Zack wir machen jetzt die krasse Taktik Ich mach's jetzt auf den wo ich am wenigsten hab auf Jackie Den kann ich dann nämlich direkt auf Power 7 upgraden Und ich kann noch zwei super Seilchen ziehen Sehr gut Digga Das werden jetzt die 10 verbleibenden Digga Alles perfekt vorbereitet Zack jetzt machen wir die auf 7 Zack den auch auf 7 Zack auch auf 7 Und zack auch auf 7 Und das ist perfekt Let's go Generieren Die Antwort lautet 4 4 Schon wieder 4 Ich hatte gerade auch 4 Aber ich brauche neue Gems 4 Dann hört's nicht Warum hört man's nicht Aber man sieht es Ja Dann lade ich nochmal Gems auf Und 2000 Gems sind wieder hier am Account drauf Leute sehr sehr coole Sache Das heißt wir können jetzt öffnen 4 Stück hab ich Du hast auch 4 ne Let's go Ja Können wir gleich Ich mach ich aber schon begonnen 6 Ok Bitte nicht bitte nicht bitte nicht Und es ist bitte kein Gadget Und es ist Und der erste Baller ist einfach mal Rico Rico So warten sie kurz Oh jetzt kann ich die Oh jetzt wird shut up Pass mal auf So erstmal jetzt sehen wir den Mega Joker Ein Mega Joker So Rico Willkommen Zweite Und 5 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 2 2 3 4 1 2 1 1 Da kriegst du, ja, kriegst du noch, kriegst du genug, ja. So. Ey, wenn das jetzt nicht belohnt wird, ne? Das ist sieben. Sieben, bei mir. Zufällige Zahl zwischen eins und zehn ist sechs. Okay. Oh, okay. Für den Flex. Abfahrt. Nice. Okay, let's go. Und die erste. Sieben! Sechs. Yo, der Hase, warte mal, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, ich hab so Lack. Ich hab wirklich so Lack. Das könnten zwei Gadgets sein. Und? Ein Gadget. Jacky. Und? Max, so geil! Die Kneipenschlägerin! Geil, Alter! Okay, und nur ein Gadget weg. Also, die Chance ist auf jeden Fall noch gut da, auf zehn Verbleibende, ey. Kann ich nicht eins, das ist nicht gut. Ich guck mal, ob ich irgendwas brauchen kann. Nichts, läuft nichts. Ja, bald, aber... Okay. Und... Go! Das war die zweite, aha. Let's go. Gönn die dritte. Und... Sechs Verbleibende. Okay, weil die hast du schallert. Ne, Penny. Lol. Das ist krass. Sieben! Let's go, Digga! Einfach mal so. Let's go. Richtig geil, ey. Gönn's dir. Und die erste Sache ist... Oh! Das wären zwei! Lol, zwei Brawler! Karl! Digga, das... Das gab's schon lange nicht mehr. Und der zweite ist... Oh! Pipa! Lol, nicht schlecht. Dann die vierte Megabox. Und... Gönn. Nächste sechs. Die fünfte. Und die zielen. Oh mein Gott, Junge! Was? Leon! Nein, Lava, keinen Scheiß, Alter! Was? Junge! Okay, ich glaub zwei Boxen hab ich noch und du hast noch eine. Oder... Nee, ich weiß nicht. Ich hab noch eine und zwei. Ich öffne einfach, ey. Wenn ich mich verzähl, ist das eh gut für die Zuschauer, weil dann sehen die einfach mehr. Sieben! Oh mein Gott! Schon wieder zum dritten Mal in... Alleine bei mir jetzt hier zum dritten Mal. Du hast ja auch schon einmal gezogen. Let's go! Oh mein, zwei! Zwei siehst du! Und der zweite ist... Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, so eine geile Box, Alter! So eine geile Box! Oh mein Gott, Digga! Was geht ab, Junge? Digga, das war eine der geilsten Boxen, die ich bis jetzt hatte, ne? Du musst tanzen! Und ein legendärer. Das ist schon nice! Also, auf real, das ist echt einer der krassesten, die ich bis jetzt hatte. Weil, in sieben verbleibenden, da noch einen legendären. Ist schon geil! Die letzten, die ich immer gezogen habe, waren immer zwei Gadgets oder so. Nice! Ja, erstmal ein Screenshot hier von machen, ey. Das ist doch geil! Das ist doch geil, Alter! Nenne mir eine zufällige Zahl zwischen eins und zehn. Das ist vier. Vier Boxen für mich? Okay. Zufällige Zahl zwischen eins und zehn ist eins. Ja, was? Eine Box? Okay, dann gönntet ihr eine Box. Ich darf vier aufmachen. Äh, ich hoffe mal, ich ziehe jetzt einen neuen. Let's go! Komm, bitte! Sechs verbleibende. Okay, und jetzt score. Gadget. Okay. Und... Fünf. Fünf verbleibende. Komm, letzte. Gönn! Gönn! Fünf. 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 Okay, da ist nichts drin. Nenne mir eine Zahl zwischen eins und zehn. Zufällige Zahl zwischen eins und zehn ist zwei. Lol! Die Antwort lautet acht. Acht. Au, au, au. Das ist teuer. Aber... Mache ich natürlich. Let's go! Dann starte ich direkt. Fünf verbleibende. Das war die erste. Okay, das war die Nummer zwei. Let's go! Und da kann ich auch direkt mal Rico upgraden. Zack! Power 7. Easy. Dann kommen wir zu Megabox Nummer drei. Aha! 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 Mega Box Nummer vier. Sechs verbleibende. Das wird das Neue. Und es ist ein Gadget. Dann bin ich bei der fünften. Sechs verbleibende. Wird safe wieder ein Gadget. Ja. Okay. Sechs. So. Nächste Box. Sechs verbleibende. Spiegel was Neues. Komm, komm! Gadget. Für Pipa. Oh, oh! Leute, seit wann haben die das entfernt mit Oh Pipa? Ehrlich? Ja, entfernt. Haben die anscheinend überarbeitet. Schade, ey. Ich glaube, das ist jetzt die letzte. Genau. Okay. Nice. Nenne mir eine zufällige Zahl zwischen eins und zehn. Das ist sechs. Sechs Boxen für mich. Okay. Zufällige Zahl zwischen eins und zehn ist neun. Erste Box. Fünf. Geil. Erste Box. Fünf. Aha. Zweite Box. Fünf. So. Dritte Box. Zweite. Fünf. Zweite Box. Zweite Box. Sieben verbleibende. Oh mein Gott, Junge, was ist denn los bei dir? Oh mein Gott, Junge, was ist denn los bei dir? Ist das gerade wirklich zum vierten Mal in dieser Folge? Ja! Alleine bei mir vier... Was, Digga? Das kann nicht sein, Alter. Let's go. Let's go. Let's go. Erstes Gadget. Und... Zweites Gadget. Ah, okay. Zwei Gadgets, Digga. Das hätten aber auch acht sein können. Jetzt mal auf real, ey. Das wäre auch geil. Vierte. Sieben! Oh, Junge! Was? Geht ab. Und... Gönn! Gadget eins. Oh, Max! Was? Nicht schlecht, Alter. Das ist so krass, das ist so krass. Das darfst du keinem erzählen. Sechs verbleibende. Bitte kein Gadget, bitte kein Gadget. Ah, nein. Okay, das... Bei mir wird's jetzt schwierig jetzt noch. Irgendwas krasses zuziehen. So, eine Box noch. Ich brauche noch Gems. Sechste. Fünf. Siebte. Fünf. Achte. Und die letzte. Jetzt geben wir neun, geben wir neun. Neun, neun, neun. Sieben! Oh, shit, Junge! Oh mein Gott, Junge! Das ist so krass, dieses Video. Leute, 20.000 Likes hier drauf. Easy yoi. 25.000 machen wir sogar. Drei, zwei, eins. Und es ist... Oh mein Gott! Zwei Baller! Wieder zwei! Wieder zwei! Jucky Nummer eins. Und der zweite ist... Darül! Darül! Okay. Junge! Nice, Alter! Ich hab noch eine... Wie wär das abgewesen, Junge? Oh Mann! Es tut so ne Seele weh! Ja, das hätten echt noch zwei Gadgets sein können, man. Belastend. Naja, okay. Ich hab noch eine übrig, aber... Ähm, ja. Jetzt müssen wir das letzte Mal generieren. Das heißt, ich spar mir das noch auf, weil ich muss Jams aufladen. Und ich weiß nicht, wie viele. Nenne mir ne zufällige Zahl zwischen 1 und 10. Die Antwort lautet 10. Alter. Let's go, Digga! Jetzt bin ich dran. Zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 5. Du darfst 5 öffnen. Ich muss 10 öffnen. Beziehungsweise darf. Naja, ich mach's natürlich gerne, solange ich jetzt neun verbleibende ziel. Kappa. So, dann würde ich sagen, ich starte einfach mal. Sechs verbleibende. Erste Box. Und bitte kein Gadget. Pam! Okay, Pam! Kann man schon mal machen. Das geht über Punkt 6. Zweite. Schon wieder 6. Und... Gadget. Ah, schade. Weißt du was? Ich öffne einfach alle Boxen, die... Ja, alles. Ich gebe alles aus. Okay. Ja, warum nicht? Kann man da eigentlich nichts machen? Jetzt kann ich irgendwas abgrenzen. Ich glaube nicht. Dann mach ich einfach mal weiter. Ich geh dann auch alles aus. Ich geh dann auch alles aus. Ich geh dann auch gar nicht zählen. Gadget. Let's go 6. Und... Die Kneippenschlägerin. Die haut nochmal richtig mit dem Kopföffel drauf. Ja, das sind Punkte. Das sind wichtige Punkte, mit denen ich dann hoffentlich gewinne. Das ist so krass, dass du schon in der Rezept bezogen hast, ey. Let's go. Schön verbleibende. Ja. Bro, ich hab nicht einen mythischen Alter, doch einen. Ja, ich hab einen. Und einen legendären. Let's go. Let's go. Gib mir jetzt Spike. Komm Spike. 3, 2, 1. Spike. Nein, Gadget. Warum willst du auch Spike ziehen? Weil ich den auch mag. Oder Quo. Und... Gönn mir... Quo. Na. Und gönn mir Quo. Na, gut. Rudi, warte. Ich muss kurz gucken. Die letzten Boxen. Auch mal alles mobilisieren. Was geht? Die ganze Kraft der Boxer brauche ich jetzt. Ich warte mit der letzten Box auf dich. Dann machen wir die zusammen auf. Ich hab aber noch... Ja gut, eine geht noch. Gönn. Und dann haben wir noch eine. Die letzte Megabox. Gönnt ihr? Nein. War das die letzte? Eine geht noch. 2 vielleicht. Vielleicht noch 2. Könnte knapp werden, wenn du einen Juwel ziehst. 3, 2, 1. Gönn. 5. Gönn dir noch einen Jump. Ja, ich hab noch einen Jump. Nice. Let's go, Digga. Das ist doch lucky. Ich hab noch 2 große Boxen. Let's go. Kann ich mir irgendwas poweren? Bitte noch irgendwas auf sieben. Irgendwas. Ein letztes Mal, Leute. Das war's von mir. Ich bin durch. Ich hätte mir gern Leon gekauft. Hätte ich mehr davon gehabt. Aber ey, Spike ist schon geil. Der ist echt krass. Lost Gun. 3, 2, 1. Gönn. 5. Na ja. Wir gucken erst mal, was wir haben. Let's go. 17 Brawler. 15 hast du. Ich hab 15, du 17. Okay. Leute, ihr seht gerade, was ich gezogen habe. Ich habe 35 Punkte und der Puki hat wie viel? 41 Punkte, ja. Ein verdammter Brawler hätte noch gefehlt, wenn man so richtig knallt. Ja, so ein legendärer, dann hättest du noch gewonnen. Aber, würde ich sagen, verdienter Sieg. Glückwunsch. Let's go. Schaut mein Video jetzt an. Nee. Kommt um 15.15 Uhr. Oder vielleicht ist es schon online. Wer weiß. Okay. Den Chub out Chub in den Mond, Leute. Das war's mit dem Video. Danke schön. Ciao. Und bis dann als Hände. Ciao Kakaos. Und. Tschö mitgö. Tschö mitgö. Casa Marshaas. Ciao. Ciao.